Und jetzt schauen wir uns alle Entwicklungsstufen von ETCS an. Ich schlage vor, dass wir uns dazu alle technischen Abläufe anhand folgender Animation verinnerlichen. Wir sehen einen schematischen Gleisplan mit einer Haltestation und einem Abstellgleis am Anfang. Wir sehen auch einen in der Abstellanlage befindlichen Zug, angedeutet mit dem gelben Balken. Zuerst wird sein Fahrerstand aktiviert. Mit der Fahrerstandsaktivierung beginnt im Sinne der ETCS-Technik eine sogenannte Start-of-Mission. Die Start-of-Mission ist lediglich die Anmeldung eines Zuges oder genauer ausformuliert eines bestimmten Fahrerstandes innerhalb eines Zugverbands. Der strenge Bezug zum Fahrerstand ist deswegen so wichtig, weil damit ansonsten falsche Fahrkommandos in die Gegenrichtung ausgegeben werden könnten. Mit dieser Start-of-Mission werden je nach Ausbauzustand der ETCS-Technik händisch durch das Fahrpersonal oder automatisch durch gespeicherte Fahrplandaten fahrzeugseitige Onboard-Daten erzeugt. Das sind Daten wie die Fahrpersonal-ID, die Zuglaufnummer und ein aktuelles Systemlevel. Letzt genanntes ist prozessentscheidend, weil ETCS allumfänglich konzipiert wurde. Das heißt, es wurden mehrere technische Entwicklungszustände integriert und diese wurden nach einem Level bezeichnet. Das sind die Level 0, 1, 2 und 3, welche wir in diesem Video kurz vorstellen werden. Es gibt auch noch ein Level NTC. Es ist lediglich das kompatible Level zu den verschiedenen nationalen Zugsicherungssystemen, so dass mit der fahrzeugtechnischen ETCS-Ausrüstung beispielsweise auf den PZB- oder LZB-Strecken gefahren werden kann. Als man sich europaweit dazu entschlossen hat, ein für Europa einheitliches Zugsicherungssystem zu gestalten, wurde in einem umfangreichen Anforderungskatalog unter anderem die Notwendigkeit der Interoperabilität der verschiedenen Zugsicherungssysteme definiert. Darunter verstehen die Bahntechniker vor allem die Anwendungsmöglichkeit des zu spezifizierenden Zugsicherungssystems auf allen Infrastrukturabschnitten verschiedener Betreiber und somit auch verschiedener Nationalitäten mit verschiedenen Entwicklungsstufen. Aber noch wichtiger als die Interoperabilität von Zugsicherungssystemen ist die Auf- und Abwärtskompatibilität verschiedener Zugsicherungssysteme. Was ist damit gemeint? Der Begriff Aufwärtskompatibel bedeutet im zugsicherungstechnischen Kontext, dass ein mit ETCS ausgerüsteter Zug auch auf einer Strecke fahren kann, die zukünftig für ein höheres Level wie Level 3 vorgesehen ist. Unter der Abwärtskompatibilität wird die Möglichkeit verstanden, dass ein ETCS ausgerüsteter Zug auch auf einer Infrastruktur fahren kann, die nicht mit einer ETCS-Infrastruktur ausgestattet ist, beziehungsweise auf einer Infrastruktur, die mit einem niedrigeren Level konstruiert wurde. Aus diesem Grund ist ETCS ein über alle Zugsicherungssysteme übergestilbtes System, welches zumindest alle Relevanzen am Fahrerstand abbildet. Die Notwendigkeit der Auf- und Abwärtskompatibilität gründet auf den unterschiedlichen zugsicherungstechnischen Entwicklungsständen von Knoten, Strecken, Netzbereichen und der Länder. Vor allem diese Kompatibilität ermöglicht den grenzüberschreitenden Bahnbetrieb in einer mehrere Jahrzehnte andauernden Übergangsphase der Einführung. Ausdruck dieser allumfänglichen Kompatibilität ist unter anderem das DMI, das Driver-Machine-Interface, das hier in Ansätzen grafisch angedeutet ist. In unserem Beispiel hier wurde das Level 0 technisch erkannt. Im nächsten Schritt werden Zuglaufnummer und andere Zugdaten eingegeben. Der Fahrer bestätigt diese Daten mit Start und er kann mit Level 0 beginnen. Damit fährt er dann zur nächsten Balise vor. Level 0 ist in diesem Fall so konzipiert, dass der Zug eine Höchstgeschwindigkeit beispielsweise von 40 kmh oder 50 kmh nicht überschreiten darf. Mehr Sicherheit bietet Level 0 nicht, außer eben die Überwachung dieser pauschalen Maximalgeschwindigkeit. Im Level 1 erhalten Züge eine sogenannte Movement Authority. Sie ist ein Fahrbefehl mit einer Gültigkeit bis zu einem bestimmten Punkt der Strecke, über eine bestimmte Route und mit einer bestimmten Geschwindigkeit. Dieser Fahrbefehl wird punktuell über schaltbare Balisen gesendet. Schaltbar deswegen, weil die Telegram-Information davon abhängt, ob und welche Fahrstraße gerade eingestellt ist. Die Movement Authority wird anschließend auf dem Fahrzeug datentechnisch so verarbeitet, dass daraus maximale Geschwindigkeiten und Bremskurven generiert werden. Durch diese Bremskurven wird aus punktuell gesendeten Movement Authorities eine über diesen Streckenbereich teilweise kontinuierliche Zugüberwachung. Unter Umständen kann deswegen bereits auf das bestehende konventionelle Zugsicherungssystem oder gar auf ortsfeste Signale verzichtet werden, vorausgesetzt alle Züge auf der Strecke haben ETCS installiert. Bei Level 1 ist das aber eher die Ausnahme. Doch welches System bestimmt, ob nun ein Fahrauftrag erlaubt ist oder bis zu welchem Fahrpunkt gefahren werden darf? Dies kann nur entschieden werden, wenn Belegungsinformationen zu den einzelnen Gleisabschnitten vorliegen und wenn Lageinformationen der Weichen und anderer Gleiselemente vorhanden sind. Diese Informationen kann nur ein Stellwerk liefern. Und die Stellwerke erhalten diese Informationen aus den Gleisfreimeldeeinrichtungen. Daher baut ETCS komplett auf die vorhandene Stellwerkstechnik und der damit verbundenen Streckentechnik auf. Eines der Unterschiede zu den nationalen Zugsicherungssystemen besteht also darin, dass die Übertragung von Fahrbefehlen standardisiert über die Movement Authority erfolgt und allgemein einheitlich am Fahrerstand angezeigt wird. Außerdem gibt es eine optionale Funktionserweiterung hinsichtlich der Situation, dass das Signal zwischenzeitlich auf Fahrt gehen kann. Bei der herkömmlichen Technik erhält das Folgefahrzeug keine Information dazu. Bei Level 1 dann schon, beispielsweise durch das Euroloop oder das Radioinfill. Letzteres ist die modernere Variante. Sie ist eine WLAN-Technik, welche die Signalfahrtinformation dem Fahrzeug rechtzeitig sendet. Die schaltbare Balise kennt die Züge im Übrigen nicht, an welche sie Movement Authority sendet. Sie behandelt jeden Zug somit gleich, was bei den höheren Level dann anders ist und zum Vorteil gegenüber Level 1 wird. Eine wichtige Unterscheidung bei ETCS Level 1 wird über die Variante Limited oder Full Supervision getroffen. Während bei der Limited Supervision der Zug nur vor Haltesignalen und anderen Gefahrenpunkten technisch überwacht wird, wird er bei der Full Supervision durchgehend über den ganzen Fahrtverlauf überwacht. Dies behandeln wir dann im entsprechenden Spezialkapitel genauer. Im Level 2 wird im Vergleich zu Level 1 das Fahrkommando nicht mehr punktuell über schaltbare Balisen gesendet, sondern kontinuierlich über Funk durch das Radio Block Center. Diese nun kontinuierliche Übertragung führt dazu, dass eine Fahrerstands-Signalisierung ebenso kontinuierlich angezeigt werden kann. Dennoch sind bei ETCS Level 2 zahlreiche Balisen im Gleis vorhanden. Warum kann daher nicht einfach auf Balisen verzichtet werden? Die Balisen bei ETCS Level 2 haben größtenteils den Charakter der Grobortung. Das sind nämlich ganz andere Balisen, sogenannte Festdatenbalisen. Bei einem Passieren einer Festdatenbalise weiß das Fahrzeug, wo es sich befindet. Beispielsweise mit einer fahrzeugseitigen odometrischen Radumdrehungsmessung kann nun das Fahrzeug zu jedem Zeit- und Ortspunkt eine Eigenverortung vornehmen. Die Informationen dieser Eigenverortung werden dann kontinuierlich per Funk an das Radio Block Center gesendet. Anhand dieser Ortung und anhand von Stellwerksinformationen kann das Radio Block Center die jeweils entsprechende richtige Movement Authority berechnen und diese den jeweiligen Fahrzeugen anschließend zusenden. Aus dieser Systematik ist auch erkennbar, dass mit dem Level 2 auch zugspezifische Informationen gesendet werden können, was bei Level 1 nicht so einfach ist. Während schaltbare Balisen eine Movement Authority an alle passierenden Fahrzeuge übertragen, egal welches Fahrzeug vorbeifährt, wird bei Level 2 immer ein auf die Zugcharakteristika zugeschnittene Movement Authority erteilt. Die Zugcharakteristika sind beispielsweise unterscheidbar in Bremsleistung oder Zuglänge. Anhand der Movement Authority und anhand einiger fahrzeugspezifischen Daten erstellt das Fahrzeug ein wegabhängiges Geschwindigkeitsprofil inklusive Bremskurven. Dadurch kann direkt eine Fahrerstandsignalisierung erfolgen und es kann deswegen auf Signale verzichtet werden. Außerdem wird mit den gleichen Informationen eine Geschwindigkeits- und Bremskurvenüberwachung erschlagen. Dies bedeutet, dass auch auf die konventionellen Zug-Sicherungstechniken verzichtet werden kann, wie zum Beispiel Induktionsmagnete oder Geschwindigkeitsprüfeinrichtungen. Vorhin ist das Stichwort Stellwerk gefallen. Bei ETCS Level 2 fahren Züge nach wie vor nach der klassischen Stellwerkstechnik und Fahrstraßenlogik. Die Balisenortung dient nämlich nur der Generierung der Movement Authorities, nicht aber der Gleisfreimeldung. Für die Gleisfreimeldung benötigt man weiterhin die streckenseitigen Zugschlussstellen in Form von Achszählern oder Gleisstromkreisgrenzen. Wenn man darauf verzichten möchte, müsste der Zug eine sichere Ortungsinformation des Zugschlusses senden. Diese sogenannte Zugintegritätsinformation kommt erst in Level 3 zustande. Ein weiterer Grund für die Notwendigkeit der Gleisfreimeldung und der Stellwerke sind die Fahrstraßen über Weichenbereiche. Hierzu gibt es bei ETCS Level 2 noch keine Lösung, auf Fahrstraßen zu verzichten. Alles zum genaueren Verfahren von ETCS Level 2 wird ebenso in einem spezifischen Kapitel beschrieben. Der Unterschied zwischen Level 2 zu Level 3 liegt unter anderem in der vorhin bereits angedeuteten Zugintegritätsprüfung, also der Prüfung, dass der Zug in seiner Zuglänge komplett ist. Sie ist notwendig dafür. Die vorhin beschriebene Kombination Balisenortung mit odometrischer Ortung übernimmt nun auch die Funktion der Gleisfreimeldung. Platt formuliert, bei Level 3 werden Zugbeginn und Zugende über Odometrie und Balisen geortet und dann werden deren Ortungsinformationen an das Radio Block Center gesendet. Zusammen mit einigen Stellwerksdaten werden dann Movement Authorities berechnet und dann genau wie in Level 2 an das Fahrzeug gesendet. Die Stellwerksdaten selbst bestehen nur noch aus den Informationen der Weichenstellungen, aber nicht mehr aus den Informationen der Belegzustände der Gleise. Diese werden, wie vorhin erwähnt, über die Zugintegritätsinformation der jeweiligen Fahrzeuge ersetzt. Da diese Belegzustände kontinuierlich, Orts- und Zeitdiskret erfolgen, wandert die Belegung mit jeder Millisekunde und mit jedem Zentimeter mit dem Zug mit. Dies liegt den Grundstein dafür, dass man im Wanderblock oder Moving Block fahren kann und sich im Gegensatz zu den anderen Techniken von fest verorteten Blöcken und Gleisabschnitten lösen kann. Moving Block ist aber generell ein Problem auf Streckenabschnitten in weichen Bereichen. Dafür kann es dann bei ETCS Level 3 unterschiedliche Lösungen geben. Eine davon lautet, im Weichenbereich auf sehr geringe Distanzen in einem festen Blockabstand zu fahren, während man auf weichenlosen Bereichen im Moving Block fährt. Hierbei nähert sich die Eisenbahn der Zugfolge-Philosophie der Straßenbahn an, zumindest wenn man auf die Sperrzeitenschläuche der Straßenbahn blickt. Da Level 3 nahezu in jedem Land noch nicht detailgetreu ausspezifiziert ist, gibt es auch noch viele Interpretations- und Umsetzungsvarianten hinsichtlich der Aufgaben des Radio Block Centers, hinsichtlich der Funktions- und Technikarchitektur der Stellwerke und hinsichtlich der genauen Zugfolge-Philosophien. Züge können generell bei ETCS meistens von einem Level in ein anderes wechseln. Je nach Kombination der Level-Übergänge gibt es bestimmte Bedingungen dazu. Dies alles war nur ein sehr grober Überblick. Die detaillierten Systeme sind den jeweiligen Themenkapitel zu entnehmen. Ok, verstehe. Ab Level 2 kommen die Fahrkommandos kontinuierlich per Funk, aber erst mit Level 3 kann man auf die herkömmliche Gleisdreumeldung verzichten. Genau so ist es. Mit vielen weiteren Bahndetails beschäftigt sich das Team von Bahntechnik und Bahnbetrieb. Schaut es euch an! Schaut es euch an! Bege möchte ein! Bege möchte ein! exemple Ich hoffe mit mir das敢! sondern b